Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Elite 2 Ranglisten Modus. Ich versuche weiter aufzusteigen. Geh alles Buch rein, damit Buch. Wir haben seit langem mal wieder die Möglichkeit auf eine Sakura Blume. Der Müll. Das machen wir. Wir können auch den Goldwerfer mitnehmen, theoretisch. Aber ich glaube, ich lasse es so. Mal sehen, ob ich es überhaupt noch kann. Ist schon lange her. Kennt sich wahrscheinlich. Sieht zumindest so aus. Käser Coa Blume steht. Das heißt, wir können dann ganz entspannt. Okay. Ich sehe hier auch kein Symbol. Ach hier. Ach du Scheiße. Jetzt sehe ich es erst. Jetzt sehe ich es erst. Drei von einem Clan. Und es sind nur vier. Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Ich baue den schon mal hin. 84. 90. Dann habe ich eine Piepe zu wenig für zwei Roker. Das ist jetzt keine große Änderung. Dass der irgendwie anders aussieht. Schnecke mit rein. Damit der Roker noch gebaut wird. Okay. Sollte vollkommen ausreichen. Kriegst du da noch 20 zusammen. Für eine Aufwertung. Monkar. Das ist wirklich verrückt. Wir müssen alle zur gleichen Zeit zocken. Wahrscheinlich damit das funktioniert. Was sollte ich haben? Der Pimmi hat es gerissen. Das kann sein, dass meine Blume das nicht überlebt. Ich könnte mit einem Ninja natürlich weitermachen. Aber ich gehe lieber auf so einen Elementar. Aber ich gehe lieber auf so einen Elementar. Wir warten beide den King erst mal auf. Der hat 50 mehr. Er hat 35 weniger. Das sind Stichwaves eher interessant. Aber die sind halt noch nicht so stark. Die Stichwaves sind noch gar nicht so stark. Die Schnecke würde sofort weggeballert werden. Müssen wir abwarten. Ich will sowieso erstmal hochscalen. Machen weiter King-Aufwertungen. Ganz entspannt. Könnte noch so ein bisschen in den Split gehen. Ich muss vor der 10 auf jeden Fall nochmal rollen. Weil ich jetzt nicht die großartigen Schaden habe. Um den Boss of the 10 zu besiegen. Ja, ist ein bisschen zu stark. Hätte keinen Sinn gemacht, dem was reinzuballern. Voller Angler. Nicht verkehrt. Weiter aufwärten. Ganz entspannt. Immer mit der Ruhe. Nächsten Block rein. Auch noch Aufwertung gekriegt. Ja, das schaffe ich. Da muss der Angler aufwerten. Oh, man. Die Feuerwehr-Limitarre sind mittlerweile auch stärker geworden. Die wurden ein bisschen gewafft. Ja, ich werde dann auf 9 gehen. 9 macht schon Sinn. Ja, 9. Ja, 9. Ja, 9. Ja, 9. Oh, das schaffe ich nicht. Das war zu dick gesendet. Da muss ich mir meine Verteidigung aufbauen. Oder den Angriff. Genau so machen wir das. Ja, nein. Ja, nein. Hier wird dieser Korbblume wahrscheinlich abkacken, weil die wird immer sofort angegriffen von den Fernkämpfern. Von der 8. Die ist auf den Elementar gegangen. Das ist gut. Das ist gut. Da kann ich noch ein bisschen hochstecken. Aber die neue ist wirklich sehr gut für uns. Also für mich zumindest. Nur nochmal dran erinnern. So, den werde ich in den Split packen. Damit wir da ein bisschen Verteidigung auch auf die andere Seite schieben. Ich will nicht alles auf einem Haufen haben. Ich packe einfach noch ein Robo rein. Man weiß ja nie, was er jetzt hinstellt. Man weiß ja nie, was er jetzt hinstellt. Na PS. Na, wir gucken mal. Das sieht gut aus. Sehr schön. Auch geblockt. Die drüben sammeln. Das heißt, ich werde es nicht nach dem Büro holen. Es sind nur zwei gebaut, weil ich sowieso 100 drüber war. Auf 11 können wir dann wieder gehen. Daphne nehmen wir mit. Piri raus. Und ihn. Die werde ich jetzt ein bisschen weiter hinten hinstellen. Beziehungsweise kann die auch hier so in die Mitte reinstopfen. Das geht. Könnt ihr die auch noch vorpacken. Das wäre egal. Die haben eine riesengroße Reichweite. Oh shit. Da kam einiges. Könnte ich gut runter reduzieren mit der Daphne. Aber hat nicht gereicht. Wahrscheinlich Pyro spawnen. Gehe ich mal stark von aus. Das ist stark. Wenn du den böse wichst. Feuereforst in den Split rein. Für ihn ist wahrscheinlich nicht schlecht. Für mich ist sehr viel Schaden da. Was ich erst mal verteidigen. Äh, was ich erst mal abwehren müsste. Sehr gut. Einer durch. Knock 14. Das macht auch nicht so viel Unterschied. Zwölf wäre gut. Nö. Dann nicht. Da war viel Stich drin gewesen. Dann gehen wir auf 13. 10. Wir machen einen Centaur rein. 3. Super. 1. Das schafft er. Upgrade. 6. So, können wir noch reinpacken. So, Centaur ist wichtig. Wir müssen weiter Stich aufbauen. die schaden unglaublich wichtig 80 einfach zwei echsen noch mit rein vielleicht gucken uns mal zum fuhren dort sieht doch nicht schlecht aus ja das sehr gut wir leben das sind als null das ist wirklich gemein das verdammt gemein wirklich sehr lange gesammelt ja ich glaube ich glaube wenn wir wenn wir senden macht es mehr sinn das sollte vielleicht viel stich schaden haben die nicht da müsste man überstehen da die in stich so gesagt vorausgesetzt wir überstehen das mal schaden ist zwar da so wir sollten aber auf jeden fall gucken dass wir so gut wie möglich was rausbekommen so ich will unbedingt die nächste runde überstehen das verdammt wichtig wenn wir dann aber schicken wenn wir das jetzt überstehen sollen und dann schicken dann könnten wir gewinnen 180 das überstehen war jetzt gibt es auf die fresse die haben auch nicht ein volles potenzial geschickt gehe ich mal von aus dass der nächste runde noch was die kommt also keine woche holen oder so sondern einfach absenden was halte ich das ist kein problem das halte ich die werden jetzt erstmal aufgewertet dann machen wir doch noch welche von denen hin 140 aber mit rein und mit blut sollte ausreichen dann ist das ding durch haben gewonnen ende gelände ich fange jetzt erst an zu sammeln die haben verkauft in der 675 sieben sind es vorbei tschüss ich habe gehalten jawohl eine weitere erfolgreiche runde das auf jeden fall mein abo da und like sechs punkte hätte ich jetzt noch gebraucht für den nächsten rang geht aber nächstes mal weiter bis dahin entspannen tag macht's gut bis zum nächsten mal